Knutfall AFK Westlake Was? Knutfall AFK Westlake Der Mülleimer brennt, Hilfe! Es wurde einfach in der BH gefunden Oho Old Orgy Schattenbring gerade wieder dabei Ja diesmal Delta 3 hoch Wer wüs Schattenbring Wer hat mich eigentlich aus der Lüste geschmissen Ja du raschelst extrem Und es war von super laut Bewegen sich eine Lanze Richtung Tether Black Knight Timberwolf Shadowcat Cicada ist auf Tether Ja Bravo Cicada Wenn wir sie erwischen können Schießt direkt auf die Beine Shadowcat im Hintergrund noch, Charlie 4 auch 2-2-2 Schuss Please come here, Charlie 3 Vorsicht, dass ihr von Delta 4 gleich kein Feuer kassiert Nicht so aggressiv sein da Bloodshoot, genau Unsere Pucks spielen halt noch nicht mit Schuss Wack 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 Schuss Richtung Alpha Zuläch Da wenn er auf die Ecke wo ich meinen Strike hingesetzt habe, Air Strike setzt, da dahinter ist äh Jede... nei doch nicht... Die haben sich zurückgezogen Bronco ist unser Ziel, los, Rander! Feuer in 3, 2, 1, Feuer! Schau mal den Rücken auf, was ist denn los? Nicht da reinrennen bitte! Ich bin aber noch ein bisschen zu weit weg Wir stehen auf der Rampe, alle Shadowcat hat unsere Aufmessung gehört Wir haben ihre 4 mehr Setzen wir Stikes Auch hier Ali und darunter Timberwolf gucken zu uns, also... Vorsicht, lieber weg Ja, genau, folgen bitte Wo will der in Trin? Wir um Shadowcat hinter uns und Cicana Wir gehen weiter durch den River Canyon Vielleicht können wir die noch ein Stück weiter wegziehen Noch eine JV oben Noch eine JV oben Wir haben zwei Shadowcats hinter uns Das sind die Einzigen, die uns folgen können Oh, eine Cicada Ja Hey, wake up! Wo ist der Feind? Wo stehen die? Ich bin auf der Rampe immer noch Charlie 4 Ja, unten Weiter, weiter, weiter Hey, wake up! So, und jetzt drehen wir mal um und gehen auf die Cicade Geht hier unten lang, unterhalb Hüben wir es mal hier wie ab Wir trocken mal runter in den Canyon und gehen rechts rum Hallo Charlie hier vorne Oh, das ist... Hier stehen alle nach oben So, wieder zurück, jetzt wird's gefährlich Nehmt ihr noch das Bein ab und dann... Ja, ist weg Weg, weg, weg Hier nach Delta 3 in den Canyon Alter Fischer, du Kommt! Twisted dabei und kommt hier runter, auf meine Position Shadowcater hat sich verkrömelt Der ist immer noch irgendwie rum Please follow, guys Come on! Der Netz verstumpt Aber gut, jetzt sind da ja was Er soll er machen Ja, der ist er erst Der Hellbringer hat ja bisher die meisten Prozente gekauft Unser Hellbringer Der hat der UBs bei euch oben Da ist Delta, Battlemaster Ja, da sind noch ein paar mehr Das ist das Problem Wir gehen jetzt mal links von der HKG Äh... Regal Tower Ziel hintenrum So, Black Lights hier vorne aufschließen Backchecks auch Neue Target Acquired Jetzt ist sehr viel da auf der Rampe, ne? 5 Max mindestens Ihr müsstet hintenrum eigentlich Übers totes Knie kommen können Okay, das machen wir jetzt auch Hier in Aufbau Seismix für uns, mehrere Seismix Achtung, ja 3, 4, Vorsicht, Lights Oh, mehr, 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 mehr Ja, mehr, mehr Ist alles frei, ne? Und hoch Eine Ebene hoch Ja, genau Also, die sind richtig gut aufgesplittet Wir haben hier auch 5, 6 Seismix gehabt Ja, hier sind Heavys bei uns So, jetzt Ihr müsst da Druck machen, und zwar schnell Sonst Hier, Echo Ah, die sind jetzt schon bei Tether, die anderen Wir machen bei Tether mit hier Okay Charlie 3 Nach Charlie 3, 9 Stay vorsichtig Aber an den Stalker dürfen wir nicht zu nah ran kommen Wie seht das? Hier eine Menge Ismix Ah Ja, jetzt haben die schon wieder eine Feuerlinie dahin Pestisch Auf Delta 3, vorsichtig, nicht, 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 nicht Seid ihr im CW, oder im PUK? Das ist eine Puck Wir gehen rechts rum Wer ist denn? Wer fehlt denn hier? Warblum Ja, ich bin aus Kasse Feuer Entschuldigt Kein Scheiß, 11, 9 Oben, über Täter, kommen sie Auf von links Oh, der guckt hier runter Unten durch den Canyon Rechts lang, wir haben uns gesehen So, jetzt Von links kommen sie jetzt Hier ist man hoch Hände auf, alle Hände auf, alle Schiessen Hier nerven wir jetzt ein bisschen Junior Da Komm, drück mal Echo jetzt hier, den Stalker Pass auf, da ist der Stalker Gut genervt Stalker, den nehmen wir hier hinten Äh, Delta, drücken Feuer in 3, 2, 1, Feuer Stalkerstumpf Leute Zurückziehen Danach nehmen wir Hotel Hotel, Shadow Head Das ist hier zu viel Feuer für uns Müssen wir aufpassen Rechts durch den Canyon bitte, unten lang Echo Echo Da hätten ein Foxhort Komm her ab Ja Alle da 3, 2, 1 Hat sie umgedreht Da ist noch ein Magpulger dabei Muaah Muaah Der ist noch nicht mal gekurrt Der ist noch nicht mal gekurrt Hey, geht mal, geht mal weg hier Es ist übelst viel los Ja Ja, wir haben ein Problem Zurück in Canyon Zurück zu Ja Oh, Scheiße Die kommen jetzt gleich runter Wir müssen wieder hoch und hinter den Turmen dann am besten Ja, das ist... Leute sind halt weg jetzt Ja, das ist... Ich habe einen Cheater Ich habe einen Cheater Ich habe einen Pull Die kommen jetzt alle her Ja Die Shadow Head ist offen, ne? Ja Können wir noch mitnehmen Ich sehe Links vom Radio Tower war die gerade Ich habe ihn aufgeführt Ich habe ihn wohl verpfuscht Ja, ich bin unter dir stehen Ja, Hilfe, lass mich runter Ja, aber ich bin unter dir stehen Aaaaah Bistone, destroyed. Right torso critical damage. Small pulse laser destroyed. Hit his father. New target acquired. There's a lot of damage to the other enemy. You can find him in the corner. Yeah, that's the end of the game. It's like that. That's the end of the game. Take the other enemy. You can find him in the corner. Yeah, that's the end of the game. That's the end of the game. Oh, shit. Yeah, there's a lot to say. We have our Pucks there. We couldn't do that. The Direwolf. Direwolf and Heubringer.